Dennis, in allerletzter Sekunde das Siegtor zur Meisterschaft geschossen. Was geht in dir vor? Es ist auf jeden Fall unbeschreiblich, weil es war ein hartes Spiel. Ich wurde auch richtig herangenommen von der DJK Mühlburger Abwehr, aber es war einfach befreiend und es war ein super schönes Gefühl und auch mit der Mannschaft, das dann noch zu feiern. Ich war aber wirklich glücklich, dass der Schiedsrichter dann abgepfiffen hat. War eine knappe Sache. Was sagst du zum Spielen insgesamt? Also ich denke, es war relativ ausgeglichen. Zum Schluss hat der Gegner noch gut Druck gemacht, aber ich denke, wir hatten auch gute Chancen. Also ich denke mal, ja, wir haben es schon verdient. Wenn man auch die ganze Saison betrachtet, wir haben das Hinspiel gewonnen, wir haben das Zurückspiel gewonnen gegen sie. Also ich denke mal, verdient. Und auch der Aufstieg unterm Strich. Wir haben zwar gegen Graben zweimal verloren, aber dafür haben wir gegen KIT gewonnen, was sie nicht gemacht haben. Also es ist auf jeden Fall verdient und es ist auch der Mannschaft zu verdanken, dass wir das auch so richtig gut geschafft haben. Das Tor in der 93. Minute, das war in der Nachspielzeit eigentlich schon. Wie hast du das geschossen? Kannst du ein paar Worte dazu sagen? Naja, ich habe es im Kopf gemacht. Ich habe den Ball gesehen. Er ist mir über die Scheide schön gerutscht und dann habe ich einfach nur gesehen, wie er einfach ins linke Eck rein geflogen ist. Und es war einfach nur geil. Du hast vorhin gesagt, als du dich unterhalten hast, ich habe es am Rande mitbekommen, du bist mehrere Tode gestorben im Spiel. War der Wortlaut? Kannst du erklären, was das heißt? Naja, ich habe schon zweimal gedacht, als sie mich gut erwischt haben im Bein, dass ich jetzt nicht mehr weiterspielen kann. Aber es hat sich dann noch relativ gut wieder angefühlt im Bein. Ich hatte schon gedacht, ich muss jetzt ausgewechselt werden. Aber ich habe gebissen und dann habe ich gedacht, das ist das letzte Spiel, jetzt muss es passieren. Unsere Prinzessin bekommt erstmal das Diadeen. Danke schön. Unsere Torstüttikönigin. Noch ein Knicks. Machen, machen. Das ist Sailor Moon Diade. Weitere Schlüsselszenen des Films. Elfmeter gegen euch gepfiffen und die gelb-rote Karte, die euch sicherlich geholfen hat. Kannst du dazu auch ein paar Worte sagen, wie es aus deiner Sicht war? Also der Elfmeter war erstmal, also wenn es ein Foul gewesen wäre, dann war es nicht im Elfmeterraum oder im Sechzehner. Und ich weiß nicht, man kann es pfeifen, muss man aber nicht. Also der Elfmeter war auf jeden Fall nicht verdient, aber vielleicht ein Freistoß. Aber es war auf jeden Fall nicht innerhalb. Und die rote Karte, die gelb-rote Karte, naja, es wurde schon, oder es war schon zwei, drei Mal, dass er da relativ gut hingelangt hat. Also war es absolut gerechtfertigt. Du hast gesagt, du kannst heute gar nicht richtig feiern. Habe ich auch am Rande mitbekommen. Kannst du dazu auch ein paar Worte sagen? Doch, ich kann schon gut feiern heute. Ich muss halt morgen früh raus, aber halt geschäftlich. Aber das mache ich gern, sehr gern. Deswegen wird es halt wohl nicht so lange gehen. Ein Bier. Okay, kannst du noch ein kurzes Fazit ziehen? Meisterschaft ist jetzt unter Dach und Fach von der ganzen Saison? Ja, ist sie. Und wie gesagt, es ist ein Verdienst der Mannschaft. Es ist ein Verdienst des Trainers, der immer engagiert war. Die Bank auch vor allem. Und auch die zweite Mannschaft, weil die uns immer unterstützt hat. Das muss man auch mal honorieren. Naja, und man sagt immer, die Mannschaft ist nur so gut, wie gut die Bank halt auch ist. Und wir konnten fast jeden Äquivalent halt auch ersetzen, wenn er mal ausgefallen ist. Und das macht uns halt auch so stark und hat uns auch so stark gemacht. Dennis, ich danke dir vielmals für das Interview. Feier schön und ja, alles Gute. Vielen Dank.